Hallo bei 6 Minuten Jura. Heute befassen wir uns mit der Scheidung der Ehe. Ist die Ehe nicht nach § 1314 BGB aufhebbar, so kann sie für die Zukunft nur im Wege der Scheidung beendet werden, wie sich aus den § 1564 bis 1568 BGB ergibt. Die Scheidung erfolgt auf den von einem oder beiden Ehegatten nach § 133 FAMFG gestellten Antrag hin durch ein rechtskräftiges Gestaltungsurteil. Einzige materielle Voraussetzung ist das sogenannte Scheitern der Ehe, § 1565 Absatz 1 Satz 1 BGB. Grundlage ist das Zerrüttungsprinzip. Dieses Prinzip ist in drei Tatbeständen ausgeformt. Scheidung nach einer materiellen Zerrüttung durch das Gericht nach § 1565 Absatz 1 Satz 2 BGB, einvernehmliche Scheidung nach einer einjährigen Trennung nach § 1566 Absatz 1 BGB sowie einseitige Scheidung nach einer dreijährigen Trennung nach § 1566 Absatz 2 BGB. Die Ehe ist gescheitert, wenn die Lebensgemeinschaft der Ehegatten nicht mehr besteht und nicht erwartet werden kann, dass die Ehegatten sie wiederherstellen. Nur wenn keine der beiden bindenden Zerrüttungsvermutungen wegen erfolgter ein- bzw. dreijähriger Trennung vorliegt, ist dieses vom Gericht von Amts wegen mittels einer Analyse- und Prognoseentscheidung festzustellen. Leben die Ehegatten also noch nicht mindestens ein Jahr getrennt, muss das Gericht tatsächlich feststellen, ob die Ehe gescheitert ist. Dazu darf die Lebensgemeinschaft die Ehegatten nicht mehr bestehen. Sogenannte Analyse und die Wiederherstellung ihrer Lebensgemeinschaft darf nicht mehr zu erwarten sein. Sogenannte Prognose. Nach § 1566 Absatz 2 BGB folgt aus einem getrennt Leben von mindestens drei Jahren die unwiderlegbare Vermutung, dass die Ehe gescheitert ist. Leben die Ehegatten mindestens ein Jahr getrennt und besteht ein übereinstimmender Scheidungswille, ist ebenfalls eine zwingende Zerrüttungsvermutung gegeben. Dies folgt aus § 1566 Absatz 1 BGB. Der Schlüsselbegriff ist also das getrennt Leben. Was das Gesetz darunter versteht, ist in § 1567 Absatz 1 BGB geregelt. Danach leben die Ehegatten getrennt, wenn zwischen ihnen keine häusliche Gemeinschaft besteht und ein Ehegatte sie erkennbar nicht herstellen will. Auch hier ist zwischen zwei Elementen zu unterscheiden, dem objektiven und dem subjektiven. Das objektive Element meint, dass zwischen den Ehegatten keine häusliche Gemeinschaft besteht. Mit subjektivem Element ist gemeint, dass zum Fehlen der häuslichen Gemeinschaft ein innerer Trennungswille zumindest bei einem der Ehegatten hinzugetreten ist. Zu beachten ist ferner die sogenannte Härtefall-Scheidung nach § 1565 Absatz 2 BGB. Sie gereift ein, wenn die Fortsetzung der Ehe bis zur Erfüllung des Trennungszeitraums von einem Jahr für eine der beiden Seiten eine unzumutbare Härte darstellt. Umgekehrt existiert eine Härte-Schutz-Klausel in Form des § 1568 BGB. Hier soll die Ehe trotz ihres Scheiterns wegen des Vorliegens außergewöhnlicher Umstände oder im Interesse der Kinder nicht geschieden werden. Bitte merken Sie sich, dass schon von dem bloßen getrennt Leben der Eheleute wichtige Rechtsfolgen ausgehen. So tritt nach § 1361 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 4 an die Stelle der wechselseitigen Verpflichtungen der Ehegatten zum Familienunterhalt ein Anspruch auf Zahlung einer monatlichen Geldrente. Diese Geldrente orientiert sich nicht mehr an dem Familienunterhalt, sondern ist auf den angemessenen Lebensbedarf des unterhaltsberechtigten Ehegatten gerichtet. Auch können schon jetzt Hausratsgegenstände und die Ehewohnung verteilt werden, § 1361a und 1361b BGB. Ferner entfallen die Regeln zu den Geschäften zur Deckung des Lebensbedarfs, vergleiche § 1357 Absatz 3 BGB und die Eigentumsvermutung nach § 1362 BGB. Grundsätzlich führt das bloße getrennt Leben der Ehegatten nicht zu einer Veränderung des Sorgerechts bezüglich gemeinsamer Kinder. Allerdings kann das Familiengericht die elterliche Sorge nach § 1671 Absatz 1 BGB auf Antrag einem Elternteil ganz oder zum Teil alleine übertragen. Kommt es schließlich zur Scheidung, hat dies vielfältige Folgen. Neben dem Zugewinnausgleich der § 1372 folgende BGB ist an den Unterhalt des geschiedenen Ehegatten, § 1569 folgende, den Versorgungsausgleich, § 1587 folgende oder an die Verteilung von Ehewohnung und Hausrat nach § 1568 A und B zu denken. Ferner kann die Scheidung Auswirkungen auf den Nachnamen haben, § 1355 Absatz 5 BGB. Das war Ihr Film aus der Reihe 6 Minuten Jura zur Ehescheidung. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Noch mehr können Sie lernen, wenn Sie jetzt diese Fragen beantworten. Handelt es sich beim Scheidungsrecht umzwingendes Recht oder können die Ehegatten hiervon vertraglich abweichen? Ist ein getrennt Leben in der gemeinsamen Ehewohnung möglich? Welche Fälle erfasst die Härte-Klausel des § 1568 BGB? Wann ist eine sogenannte Härte-Fall-Scheidung nach § 1565 Absatz 2 BGB möglich? Sie sollten die Fragen zunächst für sich selbst beantworten und dazu auf Pause drücken, sonst folgen in einigen Sekunden die Antworten. Und hier die Antworten. Bei den § 1564 folgende BGB handelt es sich um zwingendes Recht. Die Ehegatten können daher weder vertraglich auf eine künftige Scheidung verzichten noch deren Voraussetzungen modifizieren. Selbst ein Ausschluss der Scheidung für einen begrenzten Zeitraum ist nicht möglich. Auf eine bereits entstandene Scheidungsvoraussetzung kann allerdings verzichtet werden. Eine Scheidung ist dann erst wieder möglich, wenn ein Scheidungstatbestand neu erfüllt ist. Ja, auch innerhalb der gemeinsamen Wohnung ist ein getrennt Leben möglich, wie § 1567 Absatz 1 Satz 2 klarstellt. Dann muss es aber tatsächlich zu einer vollständigen Trennung innerhalb derselben Wohnung kommen. Die Vorschrift enthält zwei Härteklauseln. Einerseits die Kinderschutzklausel und andererseits die persönliche Härteklausel. Die Kinderschutzklausel stellt eine wegen § 127 Absatz 1 FAMFG von Amts wegen zu berücksichtigender Einwendung dar. Die persönliche Härteklausel hingegen ist als Einrede geltend zu machen § 127 Absatz 3 FAMFG. Damit das grundsätzlich erforderliche Trennungsjahr nicht unterlaufen wird, sind an diese Scheidung strenge Anforderungen zu stellen. Voraussetzung ist, dass die Fortsetzung der Ehe für den Antragsteller aus Gründen, die in der Person des anderen Ehegatten liegen, eine unzumutbare Härte darstellen würden. Diese unzumutbare Härte muss sich auf das Eheband als solches beziehen, also auf das weiter miteinander verheiratet sein.